Er nahm noch einmal den Wolfspelz in die Hand und betrachtete ihn sorgfältig. Auf der Rückseite entdeckte er zwei kräftige, dunkle Flecke. Der größere von ihnen wirkte klebrig. Steinroller winkte seinen Assistenten zu sich heran. Plötzlich war er wieder ganz, der Kommissar. Schon allein, um Pilu Respekt einzuflößen. »Otterfang, bitte Geschmacksproben nehmen.« »Zunge?« Otterfang trat näher und streckte brav die Zunge heraus. Steinroller hob das Wolfsfell hoch, rieb einen der Flecke an der Zunge seines Assistenten, die so lang und breit war wie der Weitlöffel eines Aueroxen. »Und?« fragte er. Schmatzend versuchte Otterfang, den Geschmack einzuordnen. »Mäusedreck«, stellte er fest. »Feldmaus, mittlere Größe.« »Gut, dann Probe Nummer zwei.« Der Assistent leckte ein weiteres Mal am Leder. Diesmal schien ihm die Probe deutlich besser zu schmecken. »Hm, Gletschersalz«, sagte er voller Überzeugung. »Eindeutig. Allerdings mit einem kleinen Spritzer Bergziegenpisse.« »Feldmaus, 없nas kita zu OKT. » Vielen Dank.